Die Reifen sind jetzt stilecht aufgewärmt und ich weiß gar nicht, ob die beiden Loks, sie kommen noch mal zurück und wollen natürlich mit den heißen Reifen auch einen Start vollführen. Niemand anderes als Jerry Lecky und Chefstarter Erich Schenkenberger. Haltet euch fest, jetzt wird es hier so brutal wie selten jemals vorher. Und jetzt wird es hier so brutal wie selten jemals. Und jetzt wird es hier so brutal wie selten jemals. Und jetzt wird es hier so brutal wie selten jemals. Und jetzt wird es hier so brutal wie selten jemals. Und jetzt wird es hier so brutal wie selten jemals. Und jetzt wird es hier so brutal wie selten jemals. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. 2014, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Benni, du wolltest noch was sagen. Ja, danke an die Teams. Thanks to the Fire Force.